Hallo Raphael. Hallo Patrick. Raphael, ich brauche eine blattgesunde Sorte für das Normalsegment. Welche Sorte kannst du mir aus unserem Portfolio empfehlen? Patrick, da kann ich dir sogar zwei Sorten empfehlen. Einmal BTS 2045 und BTS 2030. Okay, kannst du das ein bisschen weiter ausführen? BTS 2045 ist unsere Sorte aus dem Jahr 2019. Top Blattgesundheit, sehr, sehr hoher Zuckergehalt, also eine ideale Kombination daraus. Und BTS 2030 ist die neueste Generation in Sachen Blattgesundheit, BTS CA Plus. Okay, ich merke schon, du kommst ins Schwärmen. Gibt es noch mehr zur 2030 zu sagen? Ja, BTS 2030, neu zugelassen Februar 2023. Die hat die Premium-Saatgutausstattung Betashield, höchste Blattgesundheit und Top-Leistung in allen Serien in ZE und BZE. Raphael, vielen Dank. Patrick, gerne. Die wichtigsten Infos zu BTS 2030 und BTS 2045 kommen direkt hier im Anschluss. Und alles über unser gesamtes Sortenportfolio erfahrt ihr wie gewohnt auf betaseed.de. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020